Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, ich stehe hier mit Christian Beck. Beckus, am Sonntag geht es zum FC Ingolstadt für uns. Wie präsent sind noch die Erinnerungen an diesen Gegner? Ja, also sie sind auf jeden Fall noch da. Es war ja ein tolles Erlebnis. Wir haben in Ingolstadt einen Sieg gefeiert, die Klasse gehalten. Also man nimmt schon dann positive Erlebnisse mit. Aber am Sonntag geht es einfach bei Null wieder los. Es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Es sind noch viele Spieler aus der letzten Saison da und deswegen glaube ich schon, dass sie da wieder was gut machen wollen. Aber wir wollen einfach dagegenhalten, wollen unser Spiel durchziehen und hoffentlich dann natürlich mit drei Punkten nach Hause fahren. Ja, du sprichst das positive Erlebnis an, das 2 zu 0, der damit verbundene Klassenerhalt und natürlich auch deine Vorlage zum 2 zu 0. Kann man davon zehren? Guckst du dir sowas nochmal an? Ja, also man hat sich das schon nochmal angeguckt, aber mittlerweile konzentriert man sich einfach auf die neue Saison. Ja, man gibt da weiter Gas und hofft natürlich, dass es dann jetzt endlich auch mit dem ersten Tor klappt. Genau, du sagst es auch gerade, die momentane Situation für dich persönlich, für die ganze Mannschaft nicht ganz so einfach. Du hast jetzt einige Male auch auf der Bank gesessen. Wie hast du so die Situation angenommen? Für dich ja ein bisschen ungewohnte Situationen in den vergangenen Jahren. Ja, warst du immer unumstrittener Stammspieler, hast natürlich auch deine Tore gemacht. Das bleibt ja auch immer in Erinnerung. Aber wie ist es aktuell für dich? Ja, es ist natürlich nicht zufriedenstellend, aber ich bin da ein bisschen reingewachsen, habe mich mit der Situation zurechtgefunden. Bin natürlich trotzdem heiß und will dem Trainer so schwer wie möglich machen, weiter Gas zu geben, um nicht an der ersten Elf vorbeizukommen. Aber ja, es ist nun mal irgendwann die Zeit oder man hat irgendwann ein Alter, wo dann die Zeit kommt. Und trotzdem bin ich weiter da, gebe weiter Gas, will weiter vorangehen und wie schon gesagt, mich aufdrängen. Und ja, hoffe natürlich, dass ich dann am Wochenende die Chance dazu bekomme oder spätestens dann in den englischen Wochen, weil wir doch sehr, sehr viele Spieler sind und auch viele Spieler haben. Aktuell auffällig war tatsächlich auch beim 1 zu 1 in Kaiserslautern, als du noch in der ersten Hälfte auf der Bank gesessen hast. Du hast immer wieder gepusht, hast dir deine Mitspieler angefeuert, hast wirklich jeden Ballgewinn auch laut bejubelt. Ist es wirklich so auch die Definition, die du als Kapitän da mitbringst, einfach denn wirklich die Jungs immer wieder anzufeuern, positiv zu sein? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch ehrlich sagen, es hat erstmal eine Zeit für mich gedauert, um sich so einzustellen. Aber ja, ich habe einfach eine Vorbildfunktion. Die Jungs haben mich einfach da in diese Führungsposition gewählt und da muss man vorangehen. Und ja, ich bin einfach da, um die Jungs dann zu pushen, um denen weiter ein gutes Gefühl zu geben und um ihnen auch zu helfen. Und ja, und jetzt liegt es da dran, das weiterzumachen und ja, mit Einsatzminuten den Jungs dann auch zu helfen. Letzte Frage, was macht dich optimistisch, dass es für uns am Sonntag in Ingolstadt so ähnlich weiterläuft, wie es bisher in den Auswärtsspielen in Ingolstadt lief? Also bisher zwei Spiele, zwei Siege. Ja, wir haben jetzt eine kleine Serie gestartet. Das stimmt uns positiv. Die Brust ist wieder ein bisschen größer gewachsen und ja, das wird einfach unser Ziel sein. Wir wollen von Anfang an da sein, über 90 Minuten Gas geben, einfach unsere Tugenden abrufen und ja, dann hoffe ich, dass wir dann als Sieger vom Platz gehen. Dank dir Vekus und viel Erfolg am Sonntag. Dankeschön. Dankeschön.